Bitte, meine Herrschaften, fühlen Sie sich bei mir wie zu Hause. Also, wissen Sie, Ihre Wohnung ist bezaubernd und so originell. Und so praktisch, zum Beispiel, Sie den Schrank können Sie von zwei Seiten benützen. Ach, das ist ja nicht möglich. Von hier? Und von hier auch. Hallo, Frau Monika, wo steckt Sie denn? Sie haben es doch nicht verlaufen. Hallo, Monika, ach, da sind Sie. Also, das ist ja fabelhaft. Also, das ist keine Wohnung, das ist Kunst. Was bedeutet das denn eigentlich alles hier? Du, ich glaube, ich hab's. Was hast du? Die kommen in unsere Möbel hierher. Wo sind wir hier eigentlich? Haben Sie doch. Monika. Hast du Angst? Wir sind doch in der... Wohnungskunst AG. Kinder, mir ist ja heute so sonderbar. Sonderbar, 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 so verdreht wie heute war ich noch nie. Ich möchte gern so mal so sein, mal so sein, mal so sein, mal so sein. Es wird ganz heiß und kalt, aber ich weiß nicht, wie, dass man nix denn da ist. Ich weiß nicht, wie, dass ich nicht da ist. Du, ich weiß nicht, wie, dass du, ich nicht da ist. Hörst du jetzt noch so sonderbar, sonderbar, sonderbar. Und weil es früher doch nie so war, ist es wunderbar. Bei mir geht sie im Biber, schon alles drunter drüber, heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Er kam es ganz allmählich, dann hat es plötzlich selig mich gemacht, mich gemacht, heute Nacht. Es ist was so sonderbar, so sonderbar, so sonderbar, so gut, wenn ich heute war, ich noch nie, ich möchte gern so mancherlei, 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 wird ganz heiß und kalt dabei, und ich weiß nicht, wie ganz rickle Sachen, richtig machen, ich mache richtig lachen. Erich, Lange und ich weiß, dass du fachst, 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 fachst! Schau, schau, schau! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wer war denn der Herr vorhin, mit dem Sie getanzt haben? Ach, der? Das war doch ein Hampelmann. So, Hampelmann. Ich habe ihn aber sehr fest an sich gedrückt, der in Hampelmann. Ich will dich ganz allein für mich, hörst du? Ich bin ja so eifersüchtig. Jetzt lasse ich dich nie wieder los. Und morgen? 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 Morgen fährst du nach Amerika. Vielleicht. Vielleicht fahre ich auch nicht nach Amerika. Vielleicht nehme ich auch jemanden mit. In Amerika können wir nämlich sehr schnell heiraten. Heiraten? Wir? Ja, was ist's denn, Monika? Willst du mich nicht? Herr Bränken, es ist alles nicht wahr. Es ist Lüge. Ja, was denn? Dass ich dich liebe? Ja, was denn? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin nicht.